Was liest die da? Kurzgeschichten für Zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Happy Birthday, Schnucki von Michael Main Sind die Knoten auch nicht zu eng? Je enger, desto besser, antwortete mein Rippchen tapfer. Ich fragte, liegst du weich genug? Möchtest du ein zweites Kopfkissen? Nein, nein, so ist es gut. Aber du solltest mich auch knebeln. Ihre Worte machten mich misstrauisch. Warum? Sie warf mir einen verschämten Blick zu. Es ist besser, wenn ich nicht schimpfen kann. Wer weiß, was mir im Strudel der Emotionen in den Sinn kommt. Du bist immer so schnell beleidigt. Ich pustete los. Willst du mich auf den Arm nehmen? Darüber denkst du doch sonst auch nicht nach. Mir ist wichtig, dass du deine Sache gut machst. Du darfst unter keinen Umständen Schwäche zeigen. Sei unbesorgt. Ich lasse meinen dominanten Neigungen freien Lauf. Wir lächelten uns liebevoll an. Noch einmal überprüfte ich die mit den Bettpfosten verbundenen Fesseln an den Hand- und Fußgelenken. Sie würden halten, da war ich mir sicher. Mein Rippchen war meine Gefangene. Wortlos nickte ich ihr zu. Dann besann ich mich ihrer Bitte und stopfte ein paar Socken in den breitwillig geöffneten Mund. Falls der Eindruck entstehen sollte, dass hier die Vorbereitung für eine heiße Sadomasus-Session abliefen, weit gefehlt. Diese Geschichte handelt vielmehr von der größten Katastrophe für das weibliche Geschlecht. Runde Geburtstage. Need I say more? Frauen sind für die meisten Männer ein großes Rätsel. Das ist kein Geheimnis. Warum aber ausgerechnet das in Zahlen ausgedrückter Alter nahezu jede Frau in mentaler Abgründe reißt, wird zumindest für mich eines der größten Rätsel bleiben. Mit 20 fängt das Drama an. Versteckt und noch sehr milde, aber dennoch erkennbar. Plötzlich wird den jungen Dingern gewahr, in 10 Jahren die 30 erreicht zu haben. Anflüge von Torschlusspanik treten an die Oberfläche, obwohl noch gar kein Tor in Sichtweite ist. Schließlich beginnt mit 30 die optische Talfahrt. Das behaupten Frauen, nicht ich. Haare werden nicht mehr gefärbt, weil man etwas Neues oder Gewagtes ausprobieren möchte. Haare werden gefärbt, um die ersten grauen Sprösslinge zu verdecken. Jeder weiß, am grauen Haar der Frau schätzt man ihr Alter haargenau. Kaum anders verhält es sich mit Falten. Nur alte Omis haben Falten. Darum ist Antifaltencreme für Frauen ab 20 einmal wöchentlich Pflicht und allerspätestens ab 30 die Foundation bei jedem Schminkvorgang. Die Cremes gibt es in zahllosen Variationen für zahllose Hauttypen und zahllose Arten der Faltenbildung. Alle Frauen sind im Besitz all dieser Cremes. Wenn der Punkt erreicht ist, dass der Ehemann für seine Zahnbürste keinen Platz außerhalb des Badezimmers suchen muss, findet ein kurzer Dialog statt. Und zwar genau so. Wieso steht hier alles voll mit Antifaltencreme? Ich habe keine Falten. Wozu dann die Antifaltencreme? Hörst du mir nicht zu? Ich habe keine Falten. Zu den unverhältnismäßig grausamen Strafen Gottes zählen Dekolleté-Falten, über die selbst weibliche Analphabeten lange Aufsätze schreiben könnten und solche auch geschrieben haben. Hingegen sind der Menschheit nur dürftige Aufzeichnungen von Männern zu diesem Thema bekannt. Vermutlich sind sie beim Blick aufs Dekolleté gedanklich mit anderen Dingen beschäftigt. Als rein hypothetisch erweisen sich Beschreibungen von Frauen über 40, da sie offiziell nicht existieren. Selbst Greisinnen befinden sich maximal im 39. Lebensjahr. Eine mutige Dame im angetrunkenen Zustand mag ihr wahres Alter dennoch verschlüsselt verraten. Sie sagt dann zum Beispiel augenzwinkernd, ich bin 39c. Dem folgt immer ein impertinent gekickstes Hihi. Oder sie verplappert sich in einer Erzählung über ihre Jugendzeit, in der sie mit Rick Astley im Ohr zur Schule gelaufen war. Jedem Mann sei an dieser Stelle geraten, sich massiv blöd zu stellen und schleunigst das Thema zu wechseln. Auch Frauen werden irgendwann wieder nüchtern und erinnern sich ausnahmslos an alles, was gesprochen wurde. Leider gibt es noch keine Zeugenschutzprogramme für Männer, die das konkrete Alter einer Frau aufgedeckt haben. Zurück zum eigentlichen Thema. Mein Rippchen stand kurz vor ihrem nächsten runden Geburtstag und somit auch kurz vorm Überschnappen. Den ganzen Tag hat sie mich angefleht, sie einzusperren. Ich hielt die Maßnahme für übertrieben, wurde aber sofort von ihr daran erinnert, was zehn Jahre zuvor vorgefallen war. Damals, wir lebten noch in Las Vegas, hatte sie das neue, runde Lebensjahr überhaupt nicht gut verkraftet. Wenige Minuten nach Mitternacht war sie aus dem Haus gestürmt. Sie galt zwei Tage als vermisst. Streng genommen galt sie nur für mich als vermisst. Die restlichen Einwohner waren über ihre Bewegungen genauestens informiert, weil die Medien ihr auf Schritt und Tritt folgten. Mein Rippchen soll nicht zum Gespött der Leser werden, daher sei nur knapp erwähnt, es war peinlich. Und vielleicht eines noch, wir haben Hausverbot in sämtlichen Stripclubs der Lichterstadt. Ich schaue auf die leise tickende Uhr an der Wand. Fünf Minuten vor Mitternacht. Schnucki, ich verstehe das ganze Theater nicht. Weißt du, als ich fünfzig wurde, war das für mich ein Tag wie jeder andere. Knurrend begann sie an ihren Fesseln zu zehren. Sie würden halten, garantiert. Logisch, man wird nicht gerne alt, ich auch nicht. Aber fünfzig ist doch in der heutigen Zeit noch jung. Ihr Körper verdrehte sich zu einer bizarren Haltung. Ich musste an eine Brezel denken. Meine Mutter war selbst im hohen Alter noch eine bildhübsche Frau. Bei dir wird das nicht anders sein. Glaub mir, fünfzig ist nur eine Zahl. Die Bettpfosten knirschten. Und wenn man nicht großartig darüber nachdenkt, können die wundersamsten Dinge passieren. Erinnerst du dich noch, wie ich fest davon überzeugt war, achtundvierzig zu sein? Sie stöhnte laut. Die Bettpfosten würden halten, hoffte ich. Tatsächlich war ich aber erst siebenundvierzig. Die Freude war riesig, als ich an meinem neunundvierzigsten Geburtstag erfuhr, noch einmal für ein ganzes Jahr achtundvierzig zu sein. Total lustig. Lauteres Stöhnen. Lauteres Knirschen. Eine Minute vor Mitternacht. Eine Minute vor Monsterstunde. Ich kam zur Einsicht, mein Rippchen nicht länger besänftigen zu können. Oder vielleicht doch. Vorsichtigen Schrittes entfernte ich mich rückwärts aus dem Schlafzimmer. In der Garage hatte ich eine Geburtstagstorte versteckt. Mein Rippchen war versessen auf Torte. Mit Torte konnte man sie ablenken, manipulieren, erpressen und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den elektrischen Stuhl locken. Sicher, ich hätte den Konditor nicht bitten sollen, die Zahl 50 in Form von kleinen Sahnehäubchen darauf zu setzen. Wir Männer sind im sozialen Umgang halt manchmal etwas unsensibel. Auf Kerzen hatte ich verzichtet. Die Torte war zu klein für 50 Kerzen. Schon im Flur begann ich zu singen. Happy Birthday to you. Zurück im Schlafzimmer bot sich ein ungeheuerliches Bild. Mein Rippchen hatte sich entbrezelt und das Bett zertrümmert. Nun stand sie im Raum. Das zusammengerollte Paar Socken noch immer im Mund. Trotz der offensichtlich miesen Stimmung zog ich das Geburtstagsständchen durch. Anschließend wollte ich zu hoch soll sie leben übergehen. Stattdessen entschied ich mich für einen kleinen Scherz und sagte, Alles Gute zum schelmisches Augenzwinkern, 49. Geburtstag, Schnucki. Es soll Schlangen geben, die den Unterkiefer aushängen, um so ihre Beute leichter verschlingen zu können. Mein Rippchen konnte das in jener Nacht auch. Ihr Mund öffnete sich auf unnatürliche Weise immer weiter. Die Socken fielen lautlos zu Boden. Bald bestand mein Rippchen nur noch aus Mund. Ich wollte gerade die Torte hineinwerfen und verduften, da schrie sie mich an. Mach endlich deine hässliche Speckfresse zu! Ich werde 60! Die Schlagzeile in der Tageszeitung am nächsten Morgen lautete Very old German woman running amok in Texas Das war Happy Birthday, Schnucki von Michael Main Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestida.de Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden, eure Silke Siegel